Ich hab schon mal das scheiß Licht an. Oh, es hat geblitzt. Ich hab mich erschrocken. Ich hab schon mal das Licht an. Alter, dieses Dreckslicht. Ey, wo sind wir hingerannt? Wir sind im Feindgebiet. Ich war doch praktisch unsichtbar. Hat mir meine Alte weggeschossen. Die kommt durchs Wasser, Alter. Achso, mach mal kurz sichtlich das hier. Oh, da kommt ein nächsten Jäger dahinten. Oh, euer. Wie sie noch mitgefahren ist. Wollt ihr noch in die Schulter gestochen? Vögel. Ja, was nun? Da kommen wir nicht vorbei, ohne die auch zu scheuchen. Warte, nix. Ich schleiche hier ungern nicht so. Ich schleiche hier ungern nicht so. Aber, das hat gepasst. Alter, das kann ja nie wahr sein. Blöden Viechter. Nix. Na dann, äh. Ach, warte mal. Du siehst, wie es auch gibt. Ja, ja. Viehzucht, hä? Ja. Oh. Oh. Oh, ich hör schon wilde Schießereien. Oh, da vorne. Brandgefährlicher. Hausten um. Okay. Da sag ich nicht nein. Da lass ich dich gewähren. Ich hab schon immer das scheiß Licht an. Okay. Was ist denn das? Dieses Licht, Alter. Ich schmeiß es raus. Wieso nimmst du es jetzt mit? Ja, weil es immer drin ist in diesem Affen. Dann mach doch einen Ausgleich. Ob ich es jetzt noch rausschmeißen kann? Nein, jetzt geht es nicht mehr. Nein, jetzt geht es nicht mehr. Das ist das erste, was ich immer mache. Ich hab das vorher jetzt auch dabei gehabt. Weil ja, das Ding nicht mehr gemacht. Aha. Ich drück auf 4, 4. Ich hab mich nicht angeklaufen. Nein, Medikip vergessen. So, warte. Oh, es hat geblitzt. Ich hab mich erschrocken, Alter. Was hat denn hier so geblitzt jetzt? Was hat denn hier so geblitzt jetzt? Dein gedruckten Spiel. Du Schwein. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Lockerbay Docks. Ja, hier sind die Docks. Da unten stampft ein Fettsack rum. Oh, ein Hinweis. Wollen wir mitnehmen? Kommst du ab? Ja. Oder wollen wir es lassen? Weil so groß ist die Karte. Hier braucht man nicht von einfach. Hier muss man Lockerbay, ne? Mhm. Warum schlägt der immer in Ruhe an die Karte? Hä? Alter. Boah. Hier hat er immer Feueranleitung gelassen. Die Schweine. Ja. Ey, hier. Hier unten noch. Auch noch nie drin. Auch noch. Schon wieder so ein Feuertyp, hä? Und unten eine Fliegenschlampe. Oh, okay. Geht. Und raten. Und überhaupt. Der hat einiges vertragen, ja? Ja. Wenn du irgendwo Medikid ziehst, geh damit. Ach so. Wo? Ja. War ein Beifelder. Hm. Kein Medikid in dieser Schlagen. Oh, links. Oh. Boah, das war jetzt knapp. Da hatte Feuer in der Hand aber. Hahaha. Helles vorm Politiker. Ich hab schon was Licht an. Alter, dieses Dreckslicht. Links von dir ist ein Trommel. Was stampft hier rum? Ach so, der Fettsack draußen. Ich hab mir kurz nach oben gezogen. Mhm. Die Schüsse waren doch jetzt aber nah, ne? Ja. Wir sind näher. Hä, wo sind wir hingerannt, Alter? Wir sind ja im Feindgebiet. Also im anderen. Naja, gut dann. Glocke mit Docks, ne? Haben wir gesagt. Ja. Was? Jäger. Was? Jäger. Was? Was? Ach, Alter, das machst du. Ach, Alter. Das machst du. Kampen die? Keine Ahnung. Nein, schon keine Ahnung. Das kann sein. Was ist mit mir? Da ist eine Fliegenschlampe auf dem Dach. Brauchst du immer noch Medipack? Ja. Da steht eins unter der Fliegenschlampe. Was ist denn hier los, Alter? Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Mist? Was ist denn das für ein Mist? Was ist denn das für ein Mist? Ich war doch praktisch unsichtbar. Ich war doch praktisch unsichtbar. Die Spinne. Also, Planchettcraper. Gehen wir nach unten? Oder werden wir sonst? Planchettcraper, willst du runter? Oder willst du sie abfangen? Wollen wir sie abfangen? Können wir noch. Es gibt eine schöne Schießerei und wir sind tot. Sie haben die Spinne erschossen. Ich glaube nicht, dass es Profis sind. Haben wir jetzt die Fliegenschlampe. Ach ne, das ist der Feuerflug. Gut. Sie schießen immer noch. Hat mir meine Alte weggeschossen. Da sind Vögel. Was wird da so geschossen, Alter? Die Spinne ist doch tot. Dann müssen wir los sein. Oh, da sind die nächsten, Alter. Diese Drecksviechter. So. Oh. Das hasse ich. Ja. Okay. Wir sind ziemlich nah bei denen. Du kannst mich am Arsch schlecken. Du kannst mich am Arsch schlecken. Du kannst mich am Arsch schlecken. Oh, sie hat schon der Asthma. Und da drüben sind ja. Und die das mal nicht mitkriegen, dass wir hier unterwegs sind. Enten, oder was? Nö. Enten, oder sonst muss man einen Auffall. Ja, außerdem, ja, die haben ja dieses Gebrumme noch, was da so laut ist. Diesen Verbannungslärm. Ja, ich auch. Falsche Richtung. Die haben sich das bequem gemacht. Oh, das wird eine Schießerei wieder. Ich hoffe zu unseren, zu unseren Gunsten. Ja, denke schon. Wenn nicht, haben wir immer noch genug zu tun auf der Map. Ja. Ja. Der Schlechter ist bis jetzt noch nicht gefunden. Da gibt es da noch mal Leute zu erschießen. Ist hier irgendwas drin? Nein. Ah, das war hier. Das war die Stelle, wo mich die Fliegen heimgesucht haben. Meine eigenen. Das war hier die Stelle. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wollte ich sagen. Oh, sie haben ihre Trophäen aufgenommen. Von wo werden sie wohl kommen? Aber da war ein Schuss links von uns. Ja, aus dem Planchett-Gräbern war der. Sicher. Der kam aus der Richtung, würde ich sagen. Irgendwann war von Alison Sun. Allen und Sun? Von uns. Nein. Also wenn das aus der Richtung kommt, in die ich gucke, ist das Planchett. Vielleicht kommen sie ja schon völlig verbraucht mit ihrer Sicht hier an und schon angekratzt. Hoffe ich doch. Oh, das ist nicht weit, aber das ist Planchett. Also ich drücke jetzt die Daumen, die wo sie Platz gemacht haben. Weil wenn es die anderen sind, haben die wieder 50 Sekunden. Ja, das stimmt. Oh, ja. Ich mache das noch, das ist es Futterraum, ā für eineántige Karteierungen messen. Ich glaube, die sind nach oben. Die gehen hoch, Alter. Na, dann schauen wir mal. Die kriegen wir doch nicht mehr ein, ne? Na, schauen wir mal. Hm. Vielleicht. Hm. Oh! Wir sind nach oben. Ja? vielleicht wollen sie antäuschen dass die anderen jetzt hoch rennen und jetzt machen sie einen haken und die kommen zu uns auch die überlaufen gehen auf die muss man auch geschossen haben vielleicht und warum ist die schon kühlt? kann sein Oh, oh, die kommen von links. Die kommen durchs Wasser, alter. Oh, da hatten wir einen verbraten. Ich habe ihn gewischt. Okay. Ich habe ihn. So, schnell die Plaketten nehmen. Was haben sie für Waffen? Der hat bloß einen Revolver über seinen Scheisschen reingeschmissen. Achso, machen wir kurz sicht. Oh, da kommt der nächste Jäger da hinten. Bei 12 Uhr, alter. Hinter dem Hanglein. Schau, pass, mich auf, pass. Boah, ich habe ihn gewischt. Echt? Ja. Aber nicht tot, oder? Nein. Oh, alter. Da war das. Ich habe es gelernt aus der letzten Session. Ich dachte mir, guck noch mal und dann kommt tatsächlich welche. Weißt du noch, wo wir am Boot waren, wo sie uns weggeknipst haben? Echt? Alter. Ich habe auf die Kutsche geschaut und habe Sicht gemacht. Da waren noch mal zwei. Scheiss, die Wand an, alter. Weil du sagst 12 Uhr. Ich habe mich gewusst in was für eine Richtung gebracht. Achso, ja. Ja, stimmt. Oh, nein. Das war knapp, alter. Oh, war das knapp, alter. Oh. Hier wollen wir sein. Ja. Wahnsinn. 100 meiner Hund... Wieso? Deine Blutlinie ist am Limit. Ja, nie? Oh, wow. Ja. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.